Und Klein! Sieh dir diese Ringe an, Shani, wenn wir und Klein Reisespaß sagen. Holly? Ups, dann können wir die Schwerkraft direkt hier vor Ort testen. Holly! Warte, wo ist Layla? Oh nein, war ich etwa... Ein bisschen zu aufgeregt. Ja, komm, wir holen Layla. Und Klein Reisespaß! Oh, es tut mir so leid, Layla. Versuchen wir es noch einmal. Und Klein Reisespaß! Okay, alle sind da. Dann kann es losgehen. Moment, da gibt's noch ein witzig kleines Problem. Rollschuhe? Oh nein, ich hab gar nicht bemerkt, dass ihr noch nicht fertig wart. Das tut mir leid. Wisst ihr was? Ich hab Rollschuhe im Einhornland gesehen. Vielleicht können wir da welche ausleihen. Ja! Ja! Also, die Rollschuhe hab ich bei der Regenbogenwippe gesehen. Ah! Ah! Hm. 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 Ich war mir so sicher, sie da gesehen zu haben. Das macht nichts. Dann fahren wir ein andermal Weltraum-Rollschuh. Hallo Mädels! Na, was habt ihr denn vor? Wir wollten auf den Saturn-Ring skaten, aber wir haben die Rollschuhe zu Hause vergessen. Also, ich habe gehofft, dass ich euch über den Weg laufen würde, denn ich habe euch etwas Tolles mitgebracht. Vielen lieben Dank, Prinzessin Rain. Wie sieht's aus? Wollen wir unseren Traum wahr werden lassen, Polly? Los geht's! Manchmal sind wir so aufgeregt, dass wir darüber das Wichtigste vergessen. Aber zum Glück habe ich tolle Freundinnen, die mir helfen. In diesem Fall mit ein paar Rollschuhen. Okay, jetzt ist es Zeit für magisches Skaten auf dem Saturn. Bis nächste Woche. Tschüss! Es kommt von da drüben. Komm mit! Das könnte unsere Chance sein, Peaches endlich zu finden. Sind Hot Dogs nicht Peaches absolutes Lieblingsessen? Sind sie! Gehen wir rein und sehen uns um. Autsch! Oh, Leila! Hi! Was machst du denn da unter dem Tisch? Hi, Leute! Ich suche meinen Ring. Den silbernen, den ihr mir zum Geburtstag geschenkt habt. Mein Lieblingsring. Wieso verschwindet denn heute alles? Wir suchen nach Peaches. Sie ist von zu Hause weggelaufen. Oh nein. Das tut mir so leid, Polly. Und ihr hattet noch kein Glück? Ich hatte leider auch noch kein Glück. Der Ring muss vorhin beim Shoppen in der Mall irgendwie abgefallen sein. Ich denke, ich gehe zurück und suche da nochmal. Eigentlich könnte Peaches da auch sein. In der Mall haben wir noch nicht gesucht. Suchen wir doch zusammen nach Peaches und nach meinem Ring. Zu dritt haben wir bestimmt mehr Glück. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Die Mall schließt in einer Stunde. Wir müssen uns beeilen. Leila, suchen wir zuerst nach deinem Ring. Wo warst du überall einkaufen? Oben im dritten Stock. Gehen wir nach oben. Okay, es dauert bestimmt eine Weile alles abzusuchen. Ähm, erinnerst du dich, wo du genau warst? So ungefähr. Alles klar. Lass uns deine Schritte zurückverfolgen. Also ich habe definitiv eine Weile vor diesen Taschen gestanden. Vielleicht brauche ich einfach einen Perspektivwechsel. Und klein! Polly, Polly, wo bist du? Hier drüben. Hast du was gefunden? Nein. Lass uns woanders weitersuchen. Ich erinnere mich, dass ich Schuhe anprobiert habe. Hm. Ah. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Die Mall schließt in 30 Minuten. Ich werde den Ring niemals wiederfinden. Er hat perfekt zu dem Shirt gepasst, das ich vorhin gekauft habe. Leila, hast du das Shirt vor dem Kaufen anprobiert? Natürlich! Natürlich! Ich habe ihn gefunden! Juhu! Ja! Wäre es okay, wenn wir noch ganz kurz bei der Zuhandlung vorbeischauen, bevor wir... Polly, was hast du? Leute, ich glaube, ich habe Peaches Halsband gefunden. Hm. Das sieht aus wie Peaches Halsband. Ich glaube, wir sind ganz kurz davor, sie zu finden. Und klein! Brauchst du Hilfe mit Peaches Halsband? Ja! Puh! Ah! Gehen wir doch noch in das Tiergeschäft, bevor die Mall schließt, Polly. Vielleicht haben die Peaches gesehen. Gehen wir doch noch in das Tiergeschäft. Nein! 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 Tja, hier ist nichts. Peaches! Wo bist du bloß? Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Die Mall schließt in 15 Minuten. Bitte begeben Sie sich zum Ausgang. Wir müssen jetzt gehen, Polly. Es gibt doch noch viele Orte, an denen wir noch nicht gesucht haben, oder? Nein, wir haben jetzt an all Ihren Lieblingsplätzen in Liddleton gesucht. Und es wird langsam spät. Sollen wir zurück zu dir nach Hause gehen? Vielleicht ist sie da. Und falls sie da nicht ist, können wir deine Schritte von Anfang an nachvollziehen, so wie bei meinem Ring. Ich mache mir Sorgen, dass ihr etwas passiert ist. Hey, nicht aufgeben. Vielleicht hat sie jemand gefunden. Lass uns über Nacht ein paar Poster basteln, dann können wir sie morgen in der Stadt verteilen. Das ist eine tolle Idee. Ihr seid einfach die Besten. Danke. Moment mal. Was? Habt ihr das gerade gehört? Ich habe gerade ein Bellen gehört. Vielleicht solltest du dich etwas ausruhen. Komme gleich. Das war definitiv Hundebellen. Ich habe es auch gehört. Ich habe sie gefunden. Meine kleinen Peaches. Und klein. Holli. Wie konnte das denn passieren? Aber natürlich. Peaches hat mir geholfen, Pecs für seinen Mittagsschlaf müde zu machen. Wir haben wirklich alles Mögliche ausprobiert. Ich muss sie aus Versehen mitgeschrumpft haben. Polly, bist du das? Schnell. Verwandle dich zurück, bevor dein Dad dich sieht. Und groß. Das Essen ist gleich. Peaches. Kommst du, Polly? Hier hätte jemand große Lust, dein Essen zu essen. Wirklich? Wer könnte das wohl sein? Ich finde es. Katzen haben es wirklich drauf. Das finde ich auch. Wie wäre es, wenn wir aus jedem Samstag einen, einen, oh, Samtfotentag machen? Da bin ich dabei. Oh, eine Show über Katzen. Das ist perfekt. Und jetzt werde ich mich beim Stricken ein bisschen entspannen. Ich erstelle mein eigenes geometrisches Muster. Katzen landen immer auf ihren Pfoten. Im Gegensatz zu uns Menschen. Mädels, was ist das denn? Guckt mal. Sollen wir ihr folgen? Was würde eine Katze tun? Eine funkelnde, glitzernde Straße? Das folgen wir auf jeden Fall. Yeah. Wow. Wir haben keine Ahnung, wo wir sind und wohin wir gehen. Ich weiß. Das ist wirklich aufregend. Es könnte unser süßestes Abenteuer werden. Oder der verrückteste und klebrigste Moment, den wir je erlebt haben. Wow. Holly. Ich wusste, dass sich die magische Musik herlocken wird. Ihr seid genau pünktlich zum Tee. Oh ja. Deine Einladung hat genau den richtigen Ton getroffen, Lebkuchenmann. Ist das dein Haus? Ja, das ist mein gemütliches Heim. Kommt rein, kommt rein. Fühlt euch wie zu Hause. Meine Kästlichkeiten sind eure Kästlichkeiten. Na du? Guckt mal da. Eine Wippe und Teetassensessel. Und sie drehen sich. Hashtag drehen. Oh, und Hashtag Drehwurm. Der Tee ist serviert. Wow. Das sieht echt zum Anbeißen aus. Wer möchte ein Stückchen? Oh, wer hat denn schon von dem Zuckerguss genascht? Oh. Aber... Wunderbar. Wie ich schon sagte, Katzen haben es wirklich drauf. Wow, was gibt es Schöneres, als eine aufregende Woche im Regenbogenspaßland zu beenden? Du hattest recht, Shani. Sag ich doch. Der beste Weg, um seinen Stress zu vergessen, ist eine rasante Fahrt auf der Afterbahn. Und schon geht die Regenbogenfahrt los. Oh, was ist das? Ein Schiff? Wow, Shani, pass auf. Da ist ein... Oh, diese Fahrt ist toll. Mädels, guck mal, was ich gefunden habe. Ich wollte schon immer mit Delfinen schwimmen. Wuhu! Mädels, ich glaube, das Schiff soll uns abholen. Wo es uns wohl hinbringt? Es gibt nur einen Weg, um das rauszufinden. Ich folge euch hier oben, Mädels. Wow! Wo sind wir hier gelandet? Ihr seid meine Rettung. Willkommen in der Meerjungfrauenbucht. Ich bin Königin Delfina. Ich habe ein Schiff geschickt, um euch um Hilfe für einen Notfall in unserem Paradies zu bitten. Wow! Wow! Wie können wir dir helfen, Königin Delfina? Unser magischer Delfinedelstein ist verschwunden. Ohne seine Kräfte verliert die Meerjungfrauenbucht ihren Zauber. Und unsere Meeresbewohner sind in Gefahr. Ihr müsst uns helfen, ihn zu finden. Seht doch, die Magie ist bereits verschwunden. Kommt, Mädels, finden wir den magischen Delfinedelstein. Hier ist er nicht. Im Leuchtturm ist er auch nicht. Was sollen wir denn jetzt tun? Uns läuft die Zeit davon. Mädels, ich glaube, sie will, dass wir zu ihr ins Wasser springen. Da muss der magische Delfinedelstein drin sein. Wir haben ihn gefunden. Danke für deine Hilfe. Kommt schon. Lasst uns die Kiste öffnen, bevor es zu spät ist. Ihr habt es geschafft. Danke, dass ihr unserem Paradies den magischen Zauber zurückgegeben habt. Wow, wilde Achterbahnfahrten unterm Regenbogen und magische Meerjungfrauengeheimnisse. Dieser Tag war einfach schön. Kannst du bitte die restlichen Blumen für mich holen, Polly? Das mache ich. Guck mal. Beeindruckend. Ich kann das Feuerwerk kaum erwarten. Und das Abendessen. Und besonders Mamas berühmten Karottenkuchen. Oh nein, Karotten. Ich wusste, ich habe etwas vergessen. Keine Sorge, Mama. Schani, Lila, wir haben ein Karottenproblem. Können wir uns sofort in Banitopia treffen? Ich bin sowas von dabei. Wir sind schon auf dem Weg. Ich danke euch. Ich wusste, dass ich auf meine Freunde zählen kann. Bin bald mit den Karotten zurück. Ihr habt es geschafft. Machst du Witze? Wir tun alles für den berühmten Karottenkuchen deiner Mutter. Wir müssen uns beeilen. Das Feuerwerk fängt bald an. Los geht's. Aufgepasst. Das mache ich. Passt. Geschafft. Vielleicht sind sie ja noch nicht ganz reif. Aber es gibt keinen Karottenkuchen ohne Karotten. Aha. Hier sind welche. Juhu. Yeah. Was zum... Folg dem Hasen. Alles okay. Erwischt. Hey. 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 Wir haben es geschafft. Zusammen sind wir unschlagbar. Du bist wirklich ein richtig kleiner, flinker Kerl. Oh. Wir bringen dir auch ein Stück Karottenkuchen versprochen. Großes Polly Pocket Ehrenwort. Los geht's, Mädels. Wow. Wo um alles in der Welt habt ihr so leckere Karotten gefunden? Sagen wir mal, es war ein tierisches Abenteuer. Abenteuer. Polly. Polly. Ich kann nicht glauben, dass wir endlich da sind. Los, Mama. Lass uns im Schnee spielen, solange wir auf Shani und Layla warten. Schlittenfahren und Skifahren und Schlittschuhlaufen und heiße Schokolade. Schokolade. Ähm. 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 Ah. Hahaha. Mir geht's gut. Holly. Weißt du noch, was ich dir gesagt habe? Watschel wie ein Pinguin, um den Schnee zu testen. Kleine Schritte mit ausgestreckten Zähnen. Siehst du? Genau so. Bonita? Was ist denn los? Die Mädchen stecken im Schnee fest? Mama, es geht um Layla und Shani. Sie brauchen Hilfe. Oh nein, schnappen wir uns eine Ausrüstung und los. Ja, schnell. Oh, nein, nein, nein. Warte. Hast du nicht etwas vergessen? Oh, ja, natürlich. Sind wir bald da, Bonita? Oho. Okay, warte mal. Es gab eine Lawinenwarnung in diesem Gebiet wegen der starken Schneefälle. Und wenn wir damit fahren? Hahaha. Perfekt. Aber fahr nicht zu schnell und achte auf Unebenheiten im Boden. Shani! Layla! Wo seid ihr? Wir sind hier. Es gab eine Lawine. Wir sitzen auf der anderen Seite dieser gigantischen Schneewand fest. Okay. Keine Sorge, Mädels. Wir kommen. Bin schon unterwegs, Mom. Ich bin gleich da. Geh zurück. Beide zurück. Okay. Wir sind soweit. Wuhu! 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 Danke, Polly. Ich hätte es ohne den Einsatz meiner Mutter nicht geschafft. Naja. Danke, meine Süße. Aber vergiss Bonita nicht. Ohne ihre Hilfe hätten wir es auch nicht geschafft. Oh. Wuhu! Wuhu! Dann lasst uns zurück zur Hütte gehen, Mädels. Heiße Schokolade? So lecker! Oh ja, die habt ihr euch verdient. Also was haben wir heute gelernt? Prüft immer die Schneeverhältnisse. Reist niemals ohne eine Freundin. Oder zwei. Immer genug warme Kleidung einpacken. Ja, und immer einen extra Marshmallow in deine heiße Schokolade. Wuhu! Wer ist bereit für winterliche Schlittenferien? Du meinst wohl Weihnachtsferien? Wuhu! Ja, das ist so aufregend. Langsam fühlt es sich wirklich an wie Weihnachten. Scharni, wie sieht's aus bei dir da oben? Fast fertig. Großartig. Und wo ist der Rest der Dekoration? Oh, ich muss eine Kiste mit Dekoration vergessen haben. Ich war so aufgeregt, dass ich wohl nicht darauf geachtet habe, ob ich auch wirklich alles dabei habe. Ach, das macht doch nichts. Wir haben genug. Oder? Sieht aus wie ein Weihnachtsbaum ohne Weihnachtsschmuck. Oh! Wartet mal. Kein Grund, traurig zu sein. Basteln wir einfach selber ein. Ja, lasst uns ein paar natürliche Materialien verwenden, die wir im Regenbogenreich finden. Das finde ich toll. Ich ernenn ihn zum ersten jährlichen nachhaltigen Weihnachtsbaum des Regenbogenreichs. Auch bekannt als Dekorieren, wenn man die Dekoration vergisst. Ja, das kann man so sagen. Es wäre kein richtiges Weihnachten ohne den einen oder anderen Stern. Wie einfallsreich von dir, Laila. Jetzt brauchen wir einen Schneemann. Aber der Schnee bleibt hier oben nicht liegen. Sag mal, woher kommt der Schnee eigentlich? Oh, das ist ein gefrorener Niederschlag aus den Wolken. Oh, du meinst das hier? Wahnsinn! Es ist toll! Ich liebe es, wie sich das Sonnenlicht an der Feuchtigkeit in den Wolken bricht und dem Schneemann einen besonderen Regenbogenglanz verleiht. Ja, es sieht zauberhaft aus. Wenn wir doch nur ein paar dieser glitzernden Teile dazu bringen könnten, wie Schneeflocken auszusehen. Vielleicht gelingt es mit meinem Eiszauber. Wow! Perfekt! Bringen wir sie zum Karussell. Oh, was wäre, wenn wir kleine Wassertropfen auf den Baum träufeln? Wird sich das Licht auch darin brechen? Vielleicht sieht es dann aus wie Lametta. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Es funktioniert! Wir haben Weihnachten ins Regenbogenland gebracht. Wow! Dank unserer Teamarbeit. Und der Hilfe von wissenschaftlichem Wissen. Wissenschaft trifft auf Magie. Das ist perfekt! Tukan, Sally. Schön, dich zu sehen. Eine Frage. Bin ich in der Gegenwart oder bin ich noch in der Vergangenheit? Oder ist die Vergangenheit jetzt die Gegenwart? Oh je, Zeitreisen sind so verwirrend. Tukan, sag das nochmal. Und... Nett! Super gemacht, Mädels! Ich dachte, dass ich die Markierung verpasse, weil ich so einen Drehwurm hatte. Du hast es perfekt gemacht. Ja, Margot! Du bist wunderbar! Die Schauspielkurse haben dir wirklich richtig viel geholfen. Ja, ich liebe es, einfach Schauspielerin zu sein. Wow! Das ist ein Zeichen von Prinzessin Rain. Sie braucht vielleicht unsere Hilfe. Was ist denn jetzt los? Keine Zeit für Erklärung. Wow! Wo sind wir hier? Wir sind im Regenbogenland. Das ist der absolut unglaublichste Ort, den ich je gesehen habe. Hier ist es einfach perfekt für einen Fantasy-Film. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten. Wir haben den Code Goldenes Einhorn-Notfall. Äh, was bedeutet der Code Goldenes Einhorn-Notfall? Mein Goldenes Einhorn ist verschwunden. Oh, das ist wirklich ein echter Goldenes Einhorn-Notfall. Das klingt nach einem Fall für Sherlocke Holmes und ihre treuen Gefährtinnen. Schritt 1. Fakten-Check. Wann hast du sie denn das letzte Mal gesehen? Erst heute Morgen. Wir waren im Restaurant und haben was Leckeres gegessen. Als wir plötzlich überrascht wurden. Oh, wow! Das wird Goldie gefallen. Aber als ich es Goldie zeigen wollte, war sie weg. Und sie hat keine Nachricht hinterlassen? Gar nichts? Nein, nichts! Sie ist ganz einfach verschwunden. Vielleicht wollte sie noch ein paar Snacks holen. Oh, alles, was ich bis jetzt gefunden habe, ist ein altes Bonbon. Da hast du mehr gefunden als ich. Oh, hallo, du hübsches Einhorn. Bubblegum, wo hast du Goldies Krone gefunden? Die Krone ist viel zu schwer. Lass mich sie für dich tragen. Ah, perfekt. Äh, aber dir steht sie eindeutig besser. Der goldene Schlüssel. Goldie, was machst du hier oben? Ich hab dich gesucht, weil ich eine Überraschung für dich habe. Aha, Geheimnis gelöst. Siehst du, Goldie hat gehört, dass du eine Überraschung für sie hast. Und sie wollte sich mit Luftballons bedanken und dich auch überraschen. Und dabei wurde sie einfach weggeweht. Voll abgeschlossen. Und als nächstes auf dem Sprungbrett, meine Damen und Damen. Holly Pockets. Ja, ja. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. Ich nenne das mein Schwanensprung. Toller Sprung, Polly. Oh, wow. Aber denk bitte an die Vorbereitung für Oma Pockets Geburtstag. Oh nein, Mädels. Ich brauch eure Hilfe. Ich weiß immer noch nicht, was ich Oma Pockets zum Geburtstag schenken soll. Und, na ja, der ist schon heute. Kein Problem, Polly. Ich finde etwas ganz Besonderes. Oh, tolle Idee, Shani. Und Regenpower, los. Brauchen wir mehr Luftballons? Oh, na ja, sie machen sich wohl fertig. Ich glaube, wir brauchen wirklich noch mehr. Wow. Dieser Ort ist genauso magisch wie Oma Pockets. Hier finden wir bestimmt das perfekte Geschenk für sie. Ob sie sich über einen königlichen Thron freuen würde? Das wird nichts. Oh, hallo, kleiner Freund. Ähm, Mädels? Ups. Wir kommen, Shani. Mädels, ist das vielleicht zu viel für die Party? Du siehst toll aus. Aber wir haben immer noch nicht das perfekte Geschenk für Oma gefunden. Und uns läuft die Zeit davon. Zeit? Zeit! Mädels, sehen wir uns den Geburtstags-Countdown an. Das ist der Ort für Geburtstagsgeschenke. Super Idee, Lila. Da werden wir bestimmt etwas finden. Mission Geburtstagsgeschenk läuft. Ausschwärmen. Ja! Ob sie sich wohl über eine Bonbon-Überraschung freut? Wie wäre es mit einer Karaoke-Maschine? Oder einem Katzenfreund? Oh, ich denke, ihr würde alles gefallen. Oh, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Also schenke ich dir einfach alles. Denn ich habe einfach nicht das perfekte Geschenk für dich gefunden, Oma Pocket. Oh, mein Schatz. Es sind doch nicht die Geschenke, die diesen Tag besonders machen. Dass du mit deinen Freunden meinen Geburtstag feierst, das macht ihn zu einem besonderen Tag. Das ist das allerschönste Geschenk. Oh. Danke, Oma. Es gibt allerdings noch eine weitere Überraschung. Oh. Oh, sieh dir das an. Jetzt ist es mein perfekter Geburtstag. Ja! Alles gut zum Geburtstag, Oma Pocket. Oh, ich liebe es hier zu sein und mich um diese süßen Tierbabys zu kümmern. Hast du Hunger, Kleine? Ja. Sie ist so süß. Ich habe eine tolle Idee. Lasst uns doch ein Fotoshooting machen, damit wir tolle Erinnerungen haben. Super Idee, Polly. Ich mache die Kamerastart klar. Das wird der Knallab. Hey, Bella. Wo ist denn Herr Gekko? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er beim Tierarzt. Ich glaube, er ist ein bisschen kamerascheu. Okay, Herr Gekko. Bitte bringen Sie sich in Position. Jetzt alle Tierkekse. Wow. Ich habe so großen Hunger, dass ich mir sogar einbilde, den Eiswagen zu hören. Nein, ich höre ihn auch. Komm schon. Wir haben uns eine Belohnung verdient. Hey, Leila. Verkaufst du Eiscreme? Nicht einfach nur Eiscreme. Das ist eher ein Eiscreme-Abenteuer. Ich zeige es euch. Wow. Tada. Wow. Das hat richtig Spaß gemacht. Jetzt habe ich noch größeren Hunger. Ich finde, wir haben uns jetzt eine besonders süße Belohnung verdient. Bitte hier entlang, meine lieben Eisliebhaber. Lecker. Du hast recht, Leila. Das war ein mega tolles Abenteuer. Hm, genau so ist es. Bereit für noch mehr Eisspaß? Ja. Danke, dass du uns beim Kanädchen füttern hilfst, Bella. Natürlich, Polly. Ich helfe immer gern. Wow. Was machen wir heute noch? Lassen wir uns einfach vom Wind treiben. Oh. Eine geheime Nachricht? Hier steht Prinzessin Rain. Lädt uns herzlich zu einem königlichen Regenbogenball ein. Worauf warten wir? Juhu. 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 Süß. Königlich süß. Viel Spaß mit euren königlichen Outfits. Hä? Welche Outfits? Hm, das ist ein Moderätsel. Kommt, Mädels, wir suchen sie. Ja. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ein Geheimzimmer, aber keine Outfits. Oh, vielleicht könnte ich das als Krone tragen. Was denkt ihr? Zu modern? Siehst du was, Shani? Nein. Wir haben überall gesucht. Hm. Vielleicht doch nicht überall. Wie schön. Jetzt seht ihr aus wie Regenbogenprinzessinnen. Prinzessin Rain. Das ist der schönste Tag aller Zeiten. Und er fängt gerade erst an. Okay, damit ich das richtig verstehe. Du wirst eingeladen, an dem Einhornrennen aller Einhornrennen teilzunehmen und du beschließt, Feenflügel zu tragen? Meinst du nicht, dass sie dich bremsen? Vielleicht, aber sie geben mir ein magisches Gefühl und das macht richtig Spaß. Gewinnen macht mir Spaß. Gewinnen wäre cool. Aber ich hoffe, dass ich endlich meinen dreifachen Rückwärtssalto hinkriege. Ich habe viel geübt und nur Übung macht den Meister. Willkommen zum jährlichen Einhornrennen im Regenbogenreich. Ja. Seid ihr bereit? Bereit. Viel Glück, ihr beide. Ich brauche kein Glück. Selbstvertrauen ist der Schlüssel. Auf die Plätze. Fertig. Los. Du kannst losflitzen, aber ich bin schneller am Ziel und werde die Königin dieses Rennens. Ganz einfach. Sagtest du nicht irgendwas von losflitzen? Oh, das sieht gut aus. Weiter so. Ach schon, ja. Ja. Ein Wolkenfeld. Oh, komm schon, Shani. Du schaffst das. Wir haben es geschafft. Selbstvertrauen ist wirklich der Schlüssel. Was für ein Rennen. Was für ein Finale. Herzlichen Glückwunsch, ihr zwei. Das war ein wirklich tolles Rennen. Und du warst echt schnell. Danke. Und du kannst wirklich fliegen. Könntest du mir ein paar von deinen Tricks zeigen? Ich würde gerne üben und du weißt schon. Übung macht den Meister. Das mache ich gern. Oh, mir auch bitte. Aber zuerst. Zwei Gewinner bedeuten doppelte Party. Oh, pass auf. Holly. Hab ich dich. Das war großartig. Mann, Nicholas. Ich dachte, das wäre ein echter Hai. Nicholas, das ist wirklich total uncool. Wenn ihr eure Gesichter gesehen hättet, wüsstet ihr, dass es cool war. Es war so lustig. Wir sehen uns später. Holly, ist alles okay? Ja. Zum Glück war es ja kein echter Hai. Zum Glück. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag lustige Scherze. Und das? Das war nicht lustig. Du hast recht, Shani. Wenn Nicholas das witzig findet, dann ist er ein Fisch, der noch einiges lernen muss. Ja. Zeigen wir ihm, dass gemeine Streiche keinen Spaß machen. Oh, ich habe eine Idee. Lasst uns dieser Robbe folgen. Hey, Laila. Was machst du da? Oh, ich suche einfach nur ein paar Perlen. Ich habe eine gefunden. Oh, schön. Wow. Guckt mal. Ja. Wir haben zwei. Eine fehlt noch. Ich werde eine finden. Mädels, es gibt zwei Perlen hier oben. Zwei Perlen und doppelter Spaß. Vielen Dank, der Herr. Oh Gott. Wir sehen uns später. Ja. Oh, okay. Jetzt verstehe ich. Gut. Du hast es verstanden. Wir haben die dritte Perle für das Spiel. Und... Wir helfen dir. Juhu. Ja, Nicholas. Jetzt sind wir alle mal dran. Danke vielmals. Mir ist klar geworden, dass ich euch in der Lagune zu Tode erschreckt habe. Er hat es begriffen. Es war doch nur ein Streich. Das wissen wir. Aber wir fanden ihn nicht lustig. Wir bevorzugen einfach Streiche, bei denen alle ihren Spaß haben. Der Streich tut mir wirklich leid. Oh, Entschuldigung angenommen. Juhu. Und wer hat Lust auf Eis? Moment. Ist das ein Trick? Ja, aber ein richtig guter. Oh. Okay, Lila. Bist du bereit, den Rekord für die meisten Regenbogenfahrten an einem Tag zu brechen? Aber nur, wenn ihr beide mich anfeuert. Du schaffst das, Lila. Ja. Auf die Plätze. Fertig. Los. Hui. Wuhu. Mädels, da ist ein goldener Schlüssel. Ich hoffe, Goldie ist nicht wieder stecken geblieben. Ich liebe die Einladungen von Prinzessin Rain, womit sie uns wohl dieses Mal überrascht. Ihr seid alle zum Kostümfest eingeladen, um euer Lieblingstier zu feiern. Sucht euch ein Tier, das euch inspiriert, um eure magische Verkleidung zu kriegen. Uh. Tierische Inspiration. Ja. Da habe ich eine Idee. Ich zwei. Ich drei. Treffen wir uns wieder hier zur Party? Ich bin so gespannt, welche Tiere ihr auswählt. Los, geht's. Hallo, kleines Nilpferd. Du bist wahrscheinlich eines der wenigen Säugetiere, die das Wasser noch mehr lieben als ich. Willst du vielleicht meine Verkleidungsmuse sein? Warte, wo willst du denn hin? Ist jemand zu Hause? Oh, ja. Ich habe mir überlegt, dass Hasen gesellige Wesen sind und ich bin auch ein geselliges Wesen. Das sind doch einige Übereinstimmungen für das Kostümfest. Nein, warte. Ich will mich doch von dir inspirieren lassen. Uh, ein Nickerchen. Der Klassiker. Ich bewundere, wie Katzen ihr Leben genießen. Ich werde einfach still und leise sein. Und Katzen. Aber wusstet ihr, dass Nilpferde ihren Atem fünf Minuten und noch länger anhalten können? Das ist doch toll, oder? Ich habe überall nach Hasen gesucht und dann hatte ich endlich einen gefunden. Und gerade als ich mich ihm näherte, sprang er über meinen Kopf hinweg. Einfach so über mich drüber. Ich wusste, dass Hasenexperten im Hüpfen sind, aber ich hatte keine Ahnung, dass sie drei Meter in die Luft springen können. Ich wollte das Kätzchen eigentlich in Ruhe beobachten, aber es ist direkt vom Dachboden runter auf den Boden gesprungen. Sie ist sicher auf ihren Pfoten gelandet. Das können Katzen wirklich gut. Naja, das und wegrennen. Ich fürchte, dass wir Prinzessin Rain sagen müssen, dass wir leider keine Kostüme haben. Oh Mädels, seid nicht so fantasielos. Wir haben doch den hier. Das zählt doch nicht. Oder zählt es doch? Wie meinst du das, Layla? Was ist denn bitte inspirierender als Magie? Ich dachte, wir müssten das nach bestimmten Vorgaben machen, so als gäbe es Regeln. Aber wisst ihr nicht, dass es nur eine Regel gibt, um Spaß zu haben? Dass es keine Regeln gibt? Ganz genau uns. Jetzt lasst uns die Party starten. Dafür braucht es keine große Verwandlung. Oh, guten Morgen, Herr Tukon. Bitte schön. Perfektes Timing. Wir haben gerade die Badezeit beendet. Der Lebkuchenmann bittet uns, die Kerzen auf der Feier heute Abend anzuzünden. Oh, wow. Was für eine Ehre. Moment. Welche Feier? Das ist das Ereignis des Jahres. Eine Riesengeburtstagsfeier. Wir zünden alle Kerzen für die große Geburtstagsfeier an. Ich liebe Geburtstage. Das ist der Tag, an dem man jemandem das Gefühl geben kann, etwas ganz Besonderes zu sein. Na dann, worauf warten wir noch? Auf zur Feier, Mädels. Oh, ja. Kuchen und Eis und zweimal im Preis. Haha. Ich bin so froh, dass ihr hier seid. Ich hab die ganzen Kerzen aufgestellt und plötzlich hatte ich eine Erleuchtung. Ich dachte, ich hol die Mädels zur Hilfe. Nicht jeder kann diese Kerzen anzünden. Man braucht dafür ein gutes Herz und ein magisches Händchen. Ich versuche ja, ein gutes Herz zu haben, aber Magie? Hm. Diese Hände kennen nur die Magie des Karate. Ha, ha, ja. Und da komme ich ins Spiel. Ich geb euch jetzt einen Hauch von Magie. Extra für das Fest. Ich fürchte, Karate ist wirklich das Einzige, wofür diese Hände gut sind. Oh nein, Layla, Twyla. Du hast das magische Licht. Aber du musst lernen, den Funken zu nutzen. Dann wirst du noch sehr viele Lichter entzünden. Lichter rechts, Kerzen links. Ich hab eine Idee. Was ist denn, das geht jetzt auch? Die Aussicht hier oben ist fantastisch. Ich bin gerade so glücklich. Ja, ich auch. Seht euch diese schönen Lichter an. Apropos. Layla, wie hast du denn die Magie gefunden? Ich musste nur den rechten Weg finden. Na ja, und das war für mich der linke Weg. Das ist ein Leben. Hm, Mädchen lieben einfach die Sonne. Oh. Ich bin so dankbar für diesen wunderschönen Tag. Ich liebe diese positive Energie. Mädels, damit solltet ihr unbedingt zum Berg der Dankbarkeit reisen. Zum Berg der Dankbarkeit? Die Legende besagt, dass diejenigen, die ihn besteigen, auf dem Gipfel eine Belohnung erhalten. Was für eine Belohnung? Das müsst ihr mir dann erzählen. Ich kenne niemanden, der es je geschafft hätte. Und es haben wirklich viele versucht. Na dann. Herausforderung angenommen. Was meint ihr dazu, Mädels? Ja. Wir sind dabei. Und wo ist er? Die Legende besagt, dass er sich bewegt. Aber ich habe gehört, dass die Schmetterlingsfeen sein derzeitiges Versteck kennen. Königin Delfina hat gesagt, wir sollen die Schmetterlingsfeen fragen. Oh. Da. Das muss eine Schmetterlingsfee sein. Oh. Der Berg versteckt sich an einem kalten Ort? Wo der Schnee glitzert, soweit das Auge reicht? Ich weiß, wo das ist. Wir müssen ins Winterwunderland. Aber welche Richtung? Vertrauen wir den Schmetterlingsfeen. Der ist aber sehr hoch. Kommt, Mädels. Stürmen wir den Gipfel. Kein Wunder, dass es noch niemandem gelungen ist, diesen Berg zu besteigen. Der Aufstieg ist wirklich schwer. Aber ich bin dankbar, dass wir die Chance haben, es zu versuchen. Ich bin dankbar, dass wir den Berg gefunden haben. Ich bin dankbar, dass ich Karate kann. Ich bin dankbar für die Wissenschaft. Und ich für meine Familie. Ich bin dankbar für meine Freunde und Freundinnen. Ich bin dankbar, dass wir endlich den Gipfel erreicht haben. Und ich bin dankbar, dass ich euch beide auf dem Weg nach oben an meiner Seite hatte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich großartig. Ich glaube, ich bin dankbar für die Dankbarkeit. Ich bin gespannt, welche Belohnung uns hier oben erwartet. Wow! Ist das etwa das Licht des Nordsterns? Es ist so warm und funkelnd. Vielen Dank, Berg der Dankbarkeit. Beeil dich! Wir wollen, dass alles für den Besuch von Prinzessin Rain bereit ist. Wow! Hier habe ich noch eine Hand. Oder zwei. Das ist ein sehr hübscher Schneemann. Sie ist da! Sie ist da! Wir kommen im Winterwunderland! Wahnsinn! Ich habe bis jetzt noch nie echten Schnee gesehen. Im Regenbogenreich herrschen jeden Tag angenehme 22 Grad. Aber das hier ist doch auch cool. Ja, oder doch eher Aris kalt. Das haben wir uns schon gedacht. Deshalb haben wir dir ein paar Wintersachen mitgebracht. Die sind schön dann. Wahnsinn! Das war Wahnsinn! Wenn dir das schon Spaß macht, solltest du mal Skifahren probieren. Das ist mein allerliebster Wintersport. Das würde ich sehr gerne. Können wir jetzt gleich losfahren? Ja, und wir sind auch schon gleich da. Okay, denk dran. Wenn du bergab fährst, halte deine Skier gerade und parallel. Wie zwei Pommes frites. Und wenn du langsamer werden willst, dann hältst du die Spitzen wie ein Stück Pizza. Verstanden. Pommes frites und Pizza. Beides meine Lieblingsessen. Wow! Prinzessin Rain, du bist ein Naturtalent. Danke. Ich habe die ganze Zeit gedacht Pommes und Pizza. Was für ein Spaß. Und wie gefällt dir unser Schneemann? Wir haben ihn zusammengebaut. Jede von uns einen anderen Teil. Du kannst ihn auch mitgestalten. Ja, bitte. Und ich weiß genau, was noch fehlt. Was meinst du? Ein bisschen Magie. Moment, wo geht er hin? Ich weiß es nicht. Wir können doch nicht zulassen, dass ein magischer Schneemann frei durch die Gegend läuft. Du hast recht, Scharni. Aber ich wette, magische Schneemänner führen uns zu magischen Schneeabenteuern. Ja! Folgen wir dem Schneemann! Ich spüre einen ganz besonderen Winterzauber in diesem Baum. Und weil ihr alle ein bisschen Winterspaß mit mir geteilt habt, teile ich auch etwas mit euch. Wow! Das ist der perfekte Farbakzent für mein Outfit. Und zu guter Letzt, mein Lieblings-Highlight im Winter. Apres-chi! Apres-chi? Eine sehr vornehme Art, das auszudrücken. Heiße Schokolade mit Freunden. Apres-chi mit dir und mir. Was für ein perfektes Ende nach einem tollen Tag. Bereit? Erwischt! Es wäre ja auch kein richtiges Halloween, ohne jemanden zu erschrecken. Guckt mal, der Kekspfad führt zum Kaugummi-Haus. Das ist der ultimative Ort für Süßes oder Saures. Wer zuerst da ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Was war das? Ich weiß es nicht. Ich wusste, dass wir keine Angst haben müssen. Süßes oder Saures? Herzlichen Glückwunsch! Ihr seid ausgewählt worden, um an unserem jährlichen Halloween-Backwettbewerb teilzunehmen. Okay, wir dachten, wir würden Süßigkeiten bekommen und keine selber backen. Clever gemacht, Herr Lebkuchenmann. Sehr clever. Ich liebe einen guten Backwettbewerb. Wow, ich habe schon viele gesehen, aber noch nie an einem teilgenommen. Moment, wenn das die Belohnung ist, was ist dann die Aufgabe? Es gibt einen kleinen Haken. Eure Werkzeuge und Zutaten sind im gesamten Hindernis-Parcours versteckt. Das ist mein Lieblings-Backwettbewerb. Auf die Plätze, fertig, backen! Juhu! Hoffentlich wird der Kuchen rechtzeitig fertig. Mal sehen. Welche Zutaten haben wir denn hier? Die Sahne dickt nicht ein. Ruhe bewahren und weiter rühren. Ruhe bewahren und weiter rühren. Noch zehn Sekunden. Zeit für den letzten Schliff. Hä? Wow, wir haben uns wirklich selbst übertroffen. Seht euch diese süße Dekoration an. Schmecken sie so gut, wie sie aussehen? Cinnamon und ich werden das herausfinden. Cinnamon? Wo ist er? Ich würde sagen, dann haben wir wohl alle gewonnen. Fröhliches Halloween wünschen wir euch. was er fertig? Hahaha! Haha! Hahaha! 국